Hallo hier meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Darktaste 16, Edgar Allen Post, Legia. Wir spielen gerade Dupin und unser Hauptcharakter, den wir eigentlich normalerweise spielen, ist gerade sehr schwer vergiftet. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir das Gegenmittel herstellen können. Der böse Besitzer, der Merezi, ist immer noch auf der Flucht. Und wir müssen jetzt hier ein schönes, beziehungsweise was wir müssen, wir wollen hier dieses Wimmelbild lösen natürlich. Ja, das müssen wir jetzt so oder so nehmen, das ist natürlich jetzt traurig, aber ist halt nur so. Ich glaube, wir werden Wimmelbild misst. Linse. Genial. Wo ist die Säge? Ach, da ist sie. Nadel und Faden. Spritze, die werden wir kriegen. Pillen. Hammer. Äh, Lederriemen. Eine Klammer ist das nicht, das ist eine Klammer. Und dann das Skalpell. So, das Gegenmittel haben wir ja schon gebrodelt. Und jetzt schnell unseren Kollegen hier das Gegenmittel verabreichen, das sind wir ja. Und jetzt wechseln wir wieder. Der in der Zeit ja schon hätte fliehen können. Mache Morissi auf, finde ich. Und verhafte ihn. Ja, dankeschön, der Herr. Boah, jetzt kommt schon wieder diese Castlevania Musik. Okay, das ist ein bisschen seltsam. Ja, wie soll ich das denn machen dann bitte? Wollte ich schon sagen, ey. Ja, her mit den Apfeln. Kommt wahrscheinlich auch jetzt wieder ein Rätsel, oder? Drehe die Scheibe mit Hilfe der Pfeile umschiebe die Segmente so vermittelt, indem du auf sie klickst. Ordne sie so an, dass ihre Farben zusammenpassen. Hä, welche Ornamente? Ach, das hier. Kann ich die auch austauschen? Jo, kann ich. Na komm. Alter, ist das ein langsames Tempo hier. Oh, jei, 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 jei. Da schläfst du ein bei dem Tempo, ey. Hey. Sehr schön. Alter, was bist du denn für ein Truthahn oder was auch immer? A Grouse is protecting its chicks. If you free them, maybe it will let us pass. Okay. Nur ein Monster würde so arme kleine Küken einsperren. Ja, wozu brauche ich den Ass bitte? Okay. Okay, was ist hier oben? Da brauchen wir auf jeden Fall diese komischen Kacheln. Okay, jetzt haben wir zwei von zwei. Nee, das gehört hier hin. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ihm seine Form wieder geben, vermute ich mal. Und dann kriegen wir das hier. Ähm. Und da hat sich natürlich ein Wimmelbild versteckt. Gut. Wir brauchen erstmal hier Licht. Aus den Steinen kann man Funken schlagen, aber man benötigt zwei von ihnen. Welcher Stein? Ach, der ist hier. Wahrscheinlich hier so. Hä? Ach, das ist der Schneemannkopf. Äh, Körper. Nicht Kopf. Wo ist denn hier der andere Stein? Da. Das nennt man auch Feuerstein, aber... Da hat es bloß kein weiter. Das war das gemeine. Ich habe gedacht, man kriegt den Zylinder. Ja gut, jetzt habe ich ein bisschen schon Gegenstände vorgenommen. Ja, die Krone fehlt auch noch. Und wieso muss es jedes Mal mich am Kopf irgendwie jucken, wenn ich aufnehme? Verstehe ich nicht. Das ist der Lufia. Der hat eine Voodoo-Puppe von mir. Angefertigt. Und dann macht er jedes Mal mit der Feder und kitzelt mich am Ohr. So. Froschkönig. Mond. Horn. Bier. Ring. Elixier. Eidechse. Metallfizierung. Das ist wahrscheinlich das hier. Goldstern. Und Herz. 4 von 4. Und wir kriegen noch das hier. Und wir können weiter. Hier müssen wir jetzt nichts mehr weitermachen. Ah, lass mir raten, die Brücke ist zerstört und ich muss quasi sie wieder zusammensetzen. Die Bretter sind nicht Brückenteile. Ah, da ist sie wieder. Ich fühle mich, dass mein Verletzter nahe ist. Er muss von mir und meinen Brüdern sterben werden. Geh es. Wenn du Morsi findest, kenne mich und ich komme zu deinem Hilfe. Okay, Scheiplattenstück. Hm. Flussfischen, ja, okay. Aber da, das kann man mitnehmen, den Smoker. Ja, Angst, nur kann man da rausziehen. Ja, dafür brauchen wir den Smoker. Richtig, halt noch was zum Anzünden. Okay, da ist eine Angel. Krone und nochmal ein Brett. Gehen wir das Brettl hier. Der hat auch noch eine Schallplatte im Maul. Und uns fehlt halt noch Feuer. Nur die Frage, wie kriegen wir Feuer? Ah, aber da ist ein Streichholz. Die Wücke ist zerschön und wir brauchen weiter, um sie zu reparieren. Ja, das ist mir klar. Uns fehlt aber noch ein Brettl. Grafikfehler. Ähm. Wir müssen den Brüdern aufbauen, um weiter zu gehen. Oh, ich liebe solche Brücken-Apparatur-Rätsel. Nichts. Wir müssen die Wücke-Pat Practitungungen reinigen. Wir müssen den Brüdern aufbauen. Oh, alter Verwalter. Ach, das, wo es stimmt, kann man nicht mehr bewegen. Okay, dann vereinfachten die das uns wieder. Muss ich nur so ein Teil finden, wo der reinpasst? Alter, jetzt wird es aber langsam erschwert es uns, das hier ein bisschen. Ach, sag bloß, das stimmt auch jetzt. Okay. Okay. Könnte aber trotzdem ein bisschen dauern. Nicht nervös werden, alter. Ah, da ist das Teil. Das hatte ich doch gerade in der Hand. Nee, das ist es nicht. Nee, das ist nicht. Nee, von den Teilen ist es hier nichts. Es ist ein sehr, 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 es hätte ein sehr, sehr schweres Rätsel werden können. Aber wie ihr seht, komme ich da ganz gut voran, Gott sei Dank. Wenn wir den Weg durch das Fenster nehmen, sind wir eher vor Kugeln sicher. Sicher? Ja, der könnte ja auch aufs Fenster zielen. Ja, da brauchen wir Korkenzieher. Womit kann ich den Stumpf spalten? Ja, mit meinen Gedanken. Auch heute. Okay, da hat sich ein Wibbelbild eröffnet. Da haben wir den Korkenzieher. Hier brauchen wir drei Symbole. Das haben wir schon frei bekommen. Na komm. Wieder Paare finden, das ist klar. So. Zuerst sollte ich den Spiegel sauber wischen. So, dann haben wir das. Die Röhre kann mit den Schlüssel geöffnet werden. Irgendwas muss ich aber auch hier flicken. Das hier. So, dann haben wir alles bekommen. Da. Fisch. Karte wahrscheinlich. Oder Sturm. Karte. Ach die. Dann Hammer. Seestern. Da ist der Anker. Konstellation. 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 Entschuldigung. Jetzt habe ich es. Haken. Mondharmonika. Sonne. Kompass. Und wir kriegen den Hammer. Wir haben noch nicht alle Symbole. Da fehlt noch irgendwas. Aber damit kann ich den Ding hier spalten. Den Stumpf. Dann kriege ich das letzte Symbol. Okay, ich muss wahrscheinlich wieder unten angezeigt. Ja, ja, da verschließt das sich. Ja, ja, du Feigling. Oh, hier müssen wir irgendwas zubereiten. Ohne das letzte hier kann ich nichts machen. Ist logisch. Äh, what? What? Ohne den Rauch draußen zu blasen, brauchen wir ein weiteres Ofenstück. Ja, haben wir leider gerade nicht. Oder das war eine Normale. Ja, okay. Noch ein Stück Schallplatte. Ich sehe oben, ich sehe immer dieses X da oben. Oh Rowena, you need to restore the record and play it. Das ist mir klar. Und das letzte Schall... Da ist das Rohrstück. Okay. Hä? Hä? Ja, okay. Ja, das haben wir jetzt erstmal schon gemacht. Dann müssen wir hier wieder zurück zu den Löwen. Dann haben wir das letzte Schallplattenstück. Aber das und vieles mehr, meine Freunde, seht ihr in der nächsten Folge von Darkdale 16. at KLN Post Ligia. Tschüss, tschüss.